... spricht aber mit dem Herzen... ... und es läuft! Seien wir's! Ja, aber es wird von mir heute empfundiges Wetter. Es ist doch ideal und prädestiniert dafür, dass wir feiern. Schaut mal meine lieben Leute an, die bei mir am Standl da sind. Wir feiern Abschied, 15 Jahre auf Fernsehen und jetzt reicht's mir. Ich hab keine Idee mehr. Ich bin zu vorne, ich bin zu derb. Ich bin quasi ein sogenannter Fernsehzwerg. Aus ist und gut ist und schade ist, dass es wahr ist. Bedanken möchte ich mich bei Olli Münner, die jahrzehntelang meinen Schmarrn angeschaut haben. Teilweise war ich in den Herzen drin bei den Leuten. Im Wohnzimmer sowieso. Wenn sie die Kisten antraut haben, aber jetzt... Zutraut ist und das macht gar nix. Es gibt weitere Aufgaben. Ich werde ein Buch schreiben, werde Präsidentin in Amerika. Was könnten wir noch vorstellen? In Russland werde ich eine Ölfirma übernehmen. Also ich hab genug Zeitvertreib zu tun, dass ich was zu tun hab. Also Münner, vielen Dank für alles. Und jetzt kommt doch ein super Liedl, das wir alle miteinander singen. Sporgen nieder, immer wieder, auf und nieder. Ich würde sagen, schau sie sich mal an meine netten Leute. Der Lederhosen-Herbert, der Kopfseidl, der Lux-Franzi, der Simon Brandner. Und dann mein Franzi und der Jose mit seinem Herbert. Und dann noch mein Freund, der Herbert Hent. Wo die Bayern und alle sind dabei. Seht's, dass ich aufsteigen. Bayern soll Meister werden. Und der EHC. Es werden viele Zuschauer gelern. Das war's schon wieder. Kurz und bündig immer wieder. Jawohl, es geht noch weiter. Wir singen immer noch. Also muss immer noch. Franz, wie erwartet mein Schlauptopfer gestern? Einmalig für mich. Endlich haben wir ja zwei Solo gewonnen. Den besten. Und die du hab ich auch noch gewonnen. Und du musst dich auch umstellen. Jawohl, du stellst dich um. Meine nette, jawohl. Und jetzt würde ich sagen, es rennen wir mal in mein Auto hin. Und jetzt fahr ich ab. Weil ich muss schon nach Amerika. Tut mir leid. Bitte auf Zeit. Jawohl. Bitte schön. Jawohl. Jetzt werden wir nach Amerika gefahren. Die, die vor Residenz haben sie gerade gesparen. Und ich halte mich dran. Ein Niederbauer, der auch von Amerika geht. Super. Pfiat euch gut. Jawohl. Das Leben ist eine Freude. Jawohl. Jawohl. Juhu. Endlich. Klingt garantiert für dich. Wer feiert und verrägt, der kriegt der Durst. Das ist so klar. Und wir haben ein super Energy-Getränk. Da schaut sie mal her. Entlaut ist die Perfektion eines Energy-Getrinkes. Und nur deswegen sage ich Danke an Bernd mit seinem Energy-Getränk. Und der hat jetzt sponsert. Und war der Schirmherr dieser Veranstaltung heute. Bernd Dankeschön. Alles Gute weiterhin. Wird euch gut. Wiederschauen. Alles Gute. Juhu. Dankeschön Bernd. Wunderbar. Vielen Dank. Ichыми jetzt an einem Journal. In Wunderbar. Ich Jaguar warst Getros Das ist ja der Karl-Tal-Vorschnitt, der Karl-Tal-Vorschnitt, gell? Der Karl-Tal-Vorschnitt, der Karl-Tal-Vorschnitt, der Karl-Tal-Vorschnitt, gell? Der Karl-Tal-Vorschnitt, der Karl-Tal-Vorschnitt, gell? Schönen Tag auf dem Morgen, ist der Ort ohne Sorge.